Das ist ein totaler Stimmungswandel, jetzt zu verzeichnen, weil auf einmal wird Industrie 4.0 greifbar. Man kann selber was damit anfangen. Es ist einfach nicht nur der Roboter, der mich jetzt nächste Woche ersetzen soll, sondern man merkt, dass es einfach Prozesse sind, die ich auch selber beeinflussen kann, die meinen Arbeitsunfall direkt betreffen.